Es gab eine Zeit, da war das Universum voller Sterne. Dann hat so ein Penner begonnen sie in die Lede zu ziehen. Jeder wollte ein Stück von dem, was noch blieb. Kein Wunder, dass wir zuerst nicht gegen die Vareisi, sondern gegeneinander kämpften. Das war's für heute, was noch blieb. Was hätten wir erreicht, wenn wir kooperiert hätten? Das ist für die Spieler.